So, hallo Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem weiteren Video von mir. Heute hier ein Unboxing. Ich werde euch hier dann noch irgendwo wahrscheinlich hier oder so ein Bild von RC Nitroflamme in seinen Kanal einfügen, mit dem direkten Link zu ihm. Ich habe das Paket hier über ihn bestellt, weil er einen Paypal Account hat und ich nicht. Und da könnt ihr schon denken, woher das Ding kommt. Ja, das kommt von Ebay, also da von einem Verkäufer aus England. Das hat mich zwölf irgendwas gekostet. Also ich weiß die Währung nicht, wie sie dem sagen, aber das werdet ihr dann auch gleich sehen. Er hat das bei sich im Unboxing schon mal geöffnet. Man sieht auch hier drei Löcher. Ja, das war ein bisschen blöde verpackt und das hier hat die Kupplung schön rausgestochen, aber spielt ja keine Rolle. Jetzt nehmen wir hier zuerst mal diesen Zettel. Das ist der Einzahlungsschein für mich. Die Kupplung ist leer. Ja, das kommt von diesem Shop da. Ich habe jetzt für das Ganze. So muss ich kurz gucken, dass da keine Adresse drauf ist von ihm. Ja, sehr gut gefaltet. So viel habe ich gezahlt. Ich weiß nicht gerade, wie man dieser Währung hier sagt. Aber ihr werdet es bestimmt kennen. Englisch Dollar oder sowas. Irgendwie. Dann haben wir hier mal die Kupplung. Das ist alles voll Aluminium. Hier Aluminium Kupplungspacken mit Federn. Können wir auch mal kurz auspacken. Sieht echt gut verarbeitet aus. Für, dass sie so billig waren. Ja, es hat einfach Aluminium Druckguss Teil halt. So wie alles immer ist. Erdsee Modellbau. Dann haben wir hier die Schwungscheibe. Die sieht mir sehr fest danach aus. Zu mal ein bisschen ran. Die ist auch sehr schön gearbeitet. Hier hat es eine kleine Musikante nicht so gut gebrochen. Aber das spielt keine Rolle. Das schleife ich dann eben kurz mal weg. Aber es sieht mir danach aus. Jetzt läuft das Zeugs an hier. Weil ich ein bisschen warme Finger habe. Das macht einen sehr guten Eindruck. Das ist auch gut so. Dann haben wir hier noch den Messing Konus. Ja, also ein Standardteil. Und dann hier noch die Mutter. Die nehme ich jetzt nicht raus. Und das Ganze hat mich eben diese 12,49 irgendwas gekostet. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich werde jetzt dann noch die Rechnung bezahlen. Und dann ist die Sache geritzt. Ich weiß noch nicht, auf welches Auto ich die machen werde. Da muss ich mal kurz dann schauen gehen, wo sie passt. Weil das Problem bei der LAP. Ich habe die hier gerade zum Glück. Habe ich noch was zum zeigen. Irgend etwas Spitziges. Nehmen wir hier das Cuttermesser. Hat auch keine Klinge mehr, aber egal. Das ist jetzt hier die LAP-Kupplung. Die sieht, wenn wir hier schauen, sehr danach aus, wie das genau dieselbe wäre. Leute, ihr glaubt nicht, das ist genau die gleiche. Aber jetzt wirklich genau die gleiche. Ich zumech da mal ein bisschen hin. Einfach ist die in blau eloxiert. Die LAP. Aber das ist genau dieselbe. Das ist jetzt wirklich. Ja, muss ich halt daran schauen, ob das passt. Aber jetzt hier bei der LAP hier, könnt ihr sehen, ist ja hier noch diese Vertiefung hier. Und das ist das Problem, das macht, dass die Kupplung ein Millimeter oder sogar zwei Millimeter tiefer sitzt hier auf dem Konus. Das heißt, sie wäre ja weiter hinten als die Standard-Kupplung. Aber weil sie hier vorne noch das ein bisschen länger gemacht haben, wegen diesem Einstich hier hinten, wird dann die Kupplung zwei Millimeter länger als die Originale. Und deswegen passt diese Schwungscheibe und wahrscheinlich dann auch diese Schwungscheibe nicht auf den Savage. Aber ich werde dann wahrscheinlich einfach hier die Kupplungsbacken nehmen, das funktioniert. Und werde dann die LAP-Kupplung da wieder alles rausnehmen. Und das mal schön vernünftig machen, dass das alles wirklich passt da. Und ja, jetzt will ich die noch kurz nebeneinander legen. Und mal von der Seite schauen. Wenn es mich jetzt nicht täuscht, ist diese hier sogar noch dicker als diese. Aber ja, ich werde dann schon einen Einsatzort finden für die und für die. Das ist kein Problem. Jetzt noch ein paar Infos. Ich zoome euch dafür wieder ein bisschen raus. Ich und Ali, also RC, Freak, CH, gehen in zwei Wochen auf eine Kartbahn. Er wird dann seine neue GoPro da mitnehmen. Dann werden wir da so eine Runde fahren, so 10 Minuten. Weil das ja auch ziemlich teuer ist mit 25 Franken für 10 Minuten Fahrt. Aber ja, man gönnt sich ja zwischendurch dann auch mal diese 25 Franken. Ja, ich habe mich jetzt auch entschlossen, was für ein Auto ich mir in ferner Zukunft kaufen möchte. Das werde ich momentan aber noch für mich behalten. Das werdet ihr dann beim Unboxing sehen. Ich kann euch schon mal sagen, es wird auf die Weihnachten, werde ich wahrscheinlich genug Geld zusammen haben, um das kaufen zu gehen. Und vielleicht habe ich dann noch Glück, weil so um Weihnachten gibt es da bei meinem Händler zwischendurch so Aktionen, wo die Autos zu 200, 300 Franken noch billiger sind als normal. Und dann mal schauen. Was wollte ich noch weiter sagen? Jetzt ist es mir gefallen. Auf jeden Fall grüße ich dich noch RC Warlord. Ich hoffe, du hast jetzt gesehen, was das Problem ist. Ich werde wahrscheinlich das dann noch zeigen am Savage, aber der ist momentan eingemottet. Ich habe momentan echt keine Lust mehr auf den. Weil andauernd geht irgendwas da am Getriebe am Arsch. Und das kotzt mich jetzt mittlerweile ein bisschen an. Und ich habe noch die schöne Aussicht darauf, dass eventuell das Getriebe da noch kaputt ist. Oder auf jeden Fall die Kugellager. Weil da vorne das Hauptzahnrad hat sehr viel Spiel. Und das kommt wahrscheinlich auch davon, dass da schon ein paar Zahnräder verklemmt waren, weil sie ja kaputt gegangen sind dann dauernd. Ja, ich hoffe, das ist dann nichts extrem teures, was da noch kaputt ist. Weil sonst kackt es mich dann richtig an. Und der HPI RS4 EVO, der läuft ja wieder. Aber da ist noch ein bisschen ein Problem mit dem Tank. Dass der da keinen Unterdruck aufbaut, ist ein bisschen das Problem, dass er dann nicht genügend Sprit kriegt. Und dadurch so einen komischen Lauf hat, dass er zwischendurch so eine Art absäuft und so Zeugs. Wurde einfach verreckt, weil er gar keinen Sprit hat. Und was auch noch ein Problem ist, dass ich keine Dichtung mehr habe für den Auspuff. Da muss ich mir auch noch was bestellen. Das kostet aber nicht sehr viel. Äh, ja, was wollte ich noch sagen? Wollte ich noch was sagen? Nee, ich glaube nicht. Also dann bedanke ich mich schon mal herzlich, dass du hier zugeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschö Leute.